Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kochen mit Genuss. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Zwiebeln einfrieren. Zwiebeln sind mit das beliebteste Gewürz in der Küche. Dadurch kann es durchaus sinnvoll sein, Zwiebeln als Vorrat im gefrorenen Zustand parat zu haben. Hierbei ist es wichtig, dass Zwiebeln immer im zerkleinerten Zustand eingefroren werden. Denn eine ganze Zwiebel tief zu kühlen, empfiehlt sich nicht wirklich. Sie würde viel zu viel Zeit zum Auftauen benötigen. Außerdem kann es auch sehr sinnvoll und hilfreich sein, die bereits gewürfelten sowie kleinen Zwiebelportionen beim Kochen zu verwenden. Diese Portionen lassen sich nämlich problemlos, unaufgetaut den kochenden Speisen hinzufügen. Und wie Sie Zwiebeln problemlos einfrieren können, erfahren Sie jetzt. Schälen Sie zunächst die gewünschte Menge an Zwiebeln, die Sie einfrieren möchten. Dabei ist ein vorheriges Planschieren nicht notwendig, wie es bei einigen anderen Gemüsesorten der Fall ist. Stellen Sie kleine Würfel oder auch Ringe her. Breiten Sie nun die Zwiebelwürfel oder die Zwiebelringe auf einem ebenen Untersatz aus und stellen Sie diesen zum Vorfrieren in den Tiefkühlschrank. Eine Stunde dürfte hier genügen. Hierdurch vermeiden Sie das Zusammenkleben der einzelnen Teile und können dadurch gewährleisten, dass der Einfriervorgang problemlos geschieht. Füllen Sie nun die so vorbereiteten Zwiebeln in Gefrierbeuteln oder in geeignete verschließbare Kunststoffdosen sowie Gläser. Achten Sie darauf, dass sich so wenig Luft wie möglich in den Behältnissen befindet. Beschriften Sie nun die Behälter mit dem Datum des Einfrierens sowie mit dem Inhalt. Dadurch haben Sie auch nach mehreren Monaten noch den Durchblick, was sich seit wann in Ihrem Gefrierschrank befindet. Tiefgefrorene Zwiebel sind etwa ein Jahr haltbar und sollten in dieser Zeit verzehrt werden. Aber hier noch ein Tipp. Besonders kleine Portionen von Zwiebelwürfeln lassen sich auch in einer Eiswürfelform einfrieren. Das Auftauen der Zwiebel ist nicht nötig. Sie können die gewünschte Portion einfach gefroren zu der kochenden Speise hinzugeben. Wir hoffen, das Video konnte alle Fragen zum Thema Zwiebeleinfrieren beantworten. Unter dem Video in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu unserer Webseite, wo es noch viele weitere Informationen zum Thema Zwiebeleinfrieren gibt. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren würden. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos.